Die Immobilie des Monats wird Ihnen präsentiert von Frank Hoffmann Immobilien. Unser Objekt des Monats für den November befindet sich in Kaltenkirchen. Das Objekt selber wurde 2003 massiv erbaut. Es handelt sich um ein sehr energiesparendes Einfamilienhaus, ideal für die Familie mit 165 Quadratmeter Wohnfläche. Hinzu kommt noch ein wohnlich ausgebauter Dachboden, der sich ideal als Fitnessraum, Kellerersatzraum oder auch als Büro eignet. Das Objekt selber bietet einen wunderschönen Wohnbereich mit ca. 55 Quadratmeter Wohnfläche, Kaminofen mit dabei und mit einer hochwertigen Einbauküche. Ansonsten haben wir noch vier gleichgroße Schlafzimmer und ein großzügiges Vollbad mit separater Dusche plus Gäste-WC mit Dusche. Das Grundstück selbst bietet 560 Quadratmeter Fläche, Doppelcarport ist mit dabei, eine sehr großzügige Terrasse sowie ein großzügiges Gartenhaus für Ihre Gartengeräte. Das Objekt befindet sich im Krückau-Ring, direkt am Wanderweg gelegen, also direkt an der Natur und ca. 200 Meter entfernt befindet sich der Kindergarten, somit wie schon gesagt ideal für die Familie. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Mehr Informationen zu der Immobilie des Monats und weiteren Immobilienangeboten erfahren Sie direkt unter www.frankhoffmann-immobilien.de Schlafzimmer Jahr